Hallo. Yo Leute, euer Pflanz hier. Hallo. Wir sind wieder zurück und er ist mit dem Krüppel. Er ist übrigens schon einmal Geova gegangen. In der ersten Welt. Wir haben es geschafft. Tipp auf 12 am Ende. So, nächste. Sandkuchenwüste. Die obligatorische Wüstenwelt im zweiten Teil. Immer wie der ist. Überall ist immer eine Wüste. Sollen wir so einen Burgen bauen? Stimmt. Ich glaube, das Secret Exit ist da oben in dem Level. Okay. Das dauert aber noch ein bisschen. Ich glaube, in Super Mario Bros. 3. Das ist auch die Wüste. Ja, das ist glaube ich auch in der zweiten Welt gleich. Ja, sag ich. Überall fast. Das lernt sich gleich. Totaler Gesichtsfelsen. Totaler Gesichtsgerätschen, ey. Das war mein Gedanke. Nein, ich will dich doch mal. Ich wollte dich doch gar nicht hochheben. Okay, alle klauen sich das Item. Da krieg ich wieder keins. Ich wollte das Item nicht mal. Ich wollte meinen... Nee, da ist ein Eichelmann. Ich glaube, du hast recht mit einem 12. Was passiert? Weiß nicht. Lass uns kurz warten. Da passiert irgendwas doch noch. Hä? Hä? Vielleicht hätten wir alle einsammeln sollen und dann wäre was passiert. Ich habe keinen Plan. Warte mal. Ich mach hier alles kaputt mal. Von denen. Nooo, das gibt's doch nicht. Echt überall rein. Wo bist du? Ah, da ist er wieder. So. Jetzt komm, hol die Coin. Nein. Da wollte ich ganz einfach tun, zumindest die Coin. So. Da und dann müssen wir... Da ist irgendwas. Münzen. Läuft. Oh, Eichel da oben. Den haben wir aber nicht getötet. Nein. Läuft, ich stecke fest. Ich stecke fest. Oh, Schuss. Na. Ah, den Cooper. Den Cooper brauchen wir einmal. Ach so, du hast einen Block. Ein Block. Achtung. Werf doch. Oh, nein. Oh, Mann. Ja, Qualle. Steine, du Kleiner. Er hat sein Leben abgezogen. Kleiner Lollipop. Er hat sein Leben abgezogen. Wow. Da oben ist irgendwas, Karsten. Ja, das ist eine Röhre. Jumpy. Das geht es nicht. Ja, ist schwer. So, aktivieren den Block. So, zwei den Coin. Tschüss. Okay. Er, Adrian und ich haben über 20 Leben. Noch drei. Und ist schon einmal Game Over gegangen noch dazu. Wir spielen alle zum ersten Mal das Spiel. Oh. Ich hab ein bisschen Angst irgendwie gerade. Oh mein Gott. Ja. Ich wusste es. Das ist ein Coin. Ich hab's. Ich hab's geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab mich geopfert für die Coin. Du bist sehr mutig, ne? Ich wurde runtergeschoben von Flans. Ja, ich hab gar nichts gemacht. Ich hoffe, du bist vor mir rumgelatscht. Ey, hol mich doch mal wieder, du Kackhaufen. Ich hab was da oben gefunden. Ich weiß. Wir laufen jetzt für uns lang. Yay. Ich sehe Flans. Nein. Ich sehe Flans sterben. Oh mein Gott. Das ist jetzt... Das ist voll gefährlich. Hab ich das gesagt. Ey, warte, ich muss kurz auf die Blocke warten. Gehen wir hoch? Ich glaube nicht. Ja, das ist doch ein Kackstück, ey. Oh, läuft bei mir 100. Ja. Läuft bei uns, ey. Gut gemacht. Oh Mann. Hättest du wenigstens nicht ein Leben dir holen können, dass du... Ja, wie das denn ist? Äh, das ist Part 3 inzwischen. Oh. So weißt du ja schon. Ja, ein paar 3. Drei. Ne, vier. Äh, drei. Ich würde mir gar nicht zeigen. Drei. Ach. Jetzt haben wir geklaut, oder was? Ich weiß nicht, wie heißt es. Wie ist er nochmal? Spock, wie ist er, ne? Tauscht er nicht auf bei Smash auf? Ich weiß nicht, wie heißt es. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie schreckt ihr denn? Ich habe mein Zeug geklaut. So ein Typ hat unser Zeug geklaut. Unser Dope. Dann müssen wir den ganzen laufen. Oh, der hat unser Dope. Müsst du da jetzt wieder hin? Ich glaube, ich will ihn ja mal holen. Ja. Okay, regen wir. Super Lieblings-Mega-Zeug. Ja, das riecht nicht. Aber doch nicht. Ja, ich habe... Der labert so viel Scheiße. Das hört uns voll weg, das Zeug. Der labert so viel, ja. Tschüss. Ich laufe zu Fuß. Geht schneller. Hui. Ayoshi, kann man ja auch schon mit. Komm. Ja, komm. So. Da fehlt das Crew-Mitglied. So. Richtige Gang sind wir jetzt. Okay. Und der Yoshi sieht so böse aus. Guck mal, das ist nie fake. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Aber Momsi ist der Spack, genau. Yoshis, schlug den ein. So, lauf. Ich war jetzt nicht mal stehen, ne? Okay, ich habe ihn. Danke. Danke, was kriegen wir jetzt von dir? Oh, eine Power-Penus. Dann können wir ja nicht fliegen. Komplett das ganze Level, ne? Ja. Dann können wir die ganze Zeit fliegen. Aber noch aufheben, wa? Ja, natürlich. Ja, Spaß nicht zu nutzen. Komm, wir setzen sich jetzt ein. Ja, fürs nächste Level. Neue Eichelnuss. Yay. Und neues Item. Was? Das hat er gerade eingesammelt, ne? Neue Seite. Natürlich. Ja, das hat er ja gerade gesagt. Ja, klar. Ey, sollen wir den Grün nicht noch gleich mitmachen? Ja, scheiß auf Leben, Momin. Ich fliege, Flinschippen. So, so. Danke. Ich wollte, ich hatte nur Mitleid mit dem. Ich auch nicht. Das tut mir leider leid. Party in der Pukihöhle. Ich gehe baden. Und ich gehe in die Röhre. Weil ich will die Wette. So, guck der. Der ist voll nicht lieb. Der ist ein Wack, oi. Ich sehe kaum. Alter. Das hat er. Der hat alles aufgefunden. Ja, das tut. Und ich habe den Rest genommen. Ja, dein Yoshi läuft gerade weg. Ja. Danke. Oh, mein Gott. Danke für nichts. Egoisten, Wack. Was denn? Ey, da ist ein Goin. Läuft. Er ist ein Goin. Ja, natürlich, du scheiß Pflanze. Was ist das überhaupt? Ein Kaktus? Eine Pflanze? Ey, da ist was da oben. Warte mal. Warte mal. Da ist auch oben was. Ich kann nicht da auch. Warte mal. Wer jetzt? Secret. Ich gehe weiter. Ja, Flinsch, komm. Du bleibst jetzt schon wieder. Den schweren Weg da unten. Ja, was soll ich machen? Wenn ihr da einfach rumrennt, wie drei Dödelz. Geht's jetzt weiter? Achso, auch hier. Okay. Ihr seid auch so Dödelz. Na, dann Josh dies tot. Ja. Die hat sich unsere Schuld. Von euch gleich von einfach an genommen. Ja. Jetzt ist es wir Schuld. Ja, seid ihr auch. Immer sind wir schuld, ey. Geht mal voran. Beschütz mich mal. Ich bin wichtig. Ja. Ich schub sie in den Gegner rein. Ich friss sie auf. Ey, du Piss, ey. Geht's auch weiter. Warte mal, da war was. Aus dem Block hier. Nicht so cool, ne? Warum? Weil ihr fett seid. Passt ihr doch nicht durch. Doch, hast du auch gesehen. Hast du auch gesehen, dass wir hinterher kommen. Hier kommt fliegen. Und du musst da durch und hast du schon. Du hast schon geholt, was wir wollen. Da geht's raus. Ach, warte ich jetzt. Ich warte da unten. Wir sind nicht mitnimmt. Wir wohnen nicht aus. Ihr seid ja nett, ey. Alle gleichzeitig. Wir kommen als erstes raus. Ja, komische, ey. Was machst du da unten? Achso, ich dachte, wir sollen da unten. Was machst du da? Sei es mal. Ja, er will ertrinken. Er hat keinen Bock mehr zu leben, ey. Und schwierig. Wir haben alle direkt. Ah, fuck, ey. Ja. Ja, ich hab ein Leben. Na, komisch. Wir werden mir die gucken, ey. Wir werden mega aggressiv. Das ist unsere Crew eigentlich. Ja, einer ist tot aber. Deiner. Du hast mir den Weg gemacht. Deiner ist tot. Ich habe meinen von Anfang an da. Du hast meinen geklaut. Das war meine. Nee, das war meine. Ja, als ob das. Du hast mir meinen geklaut. Deine Molle hat ihn geklaut. Hört doch auf mit meiner Mama. Nee, da hat's. Loch im Loderschlangen. In meinem reicht es auch mal. Loch in den Loderschlangen. Habe ich jetzt Bock zu. Danke. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Sag so hässlich. Wieder von vorne guckt der Yoshi. Er guckt aggressiv. Er mag euch halt nicht. Er mag euch nicht. Wir alle fliegen hier. Ey, da ist was. Ja. Schön, dass es nicht einsam wird. Hey, ich bin doch da auf dem Weg. Ich will einen Leuchten haben. Oh, oh, oh. Ich will einen Leuchten haben. Tschüss, Pinky Yoshi. Ich hab keine Bock mehr. Oh, ich. Kack. Bling, bling, bling. Er ist so behindert. Lass mal links gehen. Lass mal links gehen. Lass mal oben links gehen. Hey, da oben ist doch was gewesen. Ich komm schon, ich komm schon. Bist du langsam? Yoshi mag Feuer. Hier, fress ihn mal. Du bist so ein Arschloch. Das ist Hammer ja schlecht, dass ich ihn nicht auffordern kann, ne? Hä? Ach, scheiße. Ist du mir tot, oder was? Ja, warte, ich will mal Yoshi gerne haben. Ja, dann warten wir kurz einfach. Hier. Wir warten. Wir warten auf Flens wieder. Flens ist dauer tot, ey. Ohne scheiß. Beyblade. Hat Zeit. Ey, da oben ist was. Oh, fick. Tschüss. Hättest du gerne gehabt, ne? Hättest du gerne gehabt, ne? Ist nicht. Ich werde dir jetzt nicht freuen. Chill, mach. Alter, das ist voll die Party. Warte mal. Ich will ja auch stehen damit. Nein! Sollen wir kurz warten? Ja, wir warten kurz. Mann, wir haben eine Scheiße. Guck dir dir mal an, wie er da rumgerannt ist vorhin. Hey! Was war hier? Mann! Warte, du bist ein Mäkler-Spiel. Geh mal weg. So ein Aufwand für ein Leben. Ja. Ja, kannst du sehen. Und ein Leben hab ich verloren, natürlich. Haha. Die sind langweilig. Ey, das ist ein Pilz. Wir haben. Nein. Da unten ist was. Da unten ist was. Da unten ist was gewesen. Ja. Ich bin leider mit meinem Yoshi verreckt. Man kann ja leider keine Stampfer hier machen. Dann musst du ablegen einmal. Nee. Mach doch einfach. Ich kann's nicht machen. Ja, ihr müsst's ablegen. Dann kommen wir nicht weiter. Ja, ja, ja. Man muss sich nochmal machen. Ich kann keine Stampfer-Tacke machen. Oh, kacke. So, jetzt kann ich auch. Jetzt geht weiter runter da. Was macht ihr da? Meine Worte hat nicht durchgedrückt. Mein Gott. Ja, 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 ja. Jetzt ist der... Jetzt hab ich wieder Kaneo-Shift. Heil doch. Ah, da ist ein P-Switch. Hier, aktivier mal den P-Switch. Ja. So. Jetzt wird nur noch eine Münche. Komm, wir nach vorne. Was sitzt du da hinten? Er ist beleidig. Er ist bockig. Ja, du hast hier meinen Lodchi. Den schmeiß ich einfach weg. Mein Lodchi. Mein Lodchi. Oh, Junge. Willst du dich retten? Ach so, du hast gerade gekommen. Geht gar nicht auf den Fenster. Na, danke, ne? Oh, du... Ich hab mich eben begonnen. Du hast mich hochgeschlagen. Ich kann nichts dafür. Ich bin ein Blinky-Jump. Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Hört ihr alle Items? Alter, du hast Glück gehabt, Alter. Du hast echt Glück gehabt. Fuck. Ja, ich schmeiß dein Lodchi weg. Stimmt alle. Ich muss da hoch einmal. Da ist was. Da ist was. Tschüss. Ich wollte gerade sagen, nimm mal Yoshi mit, sonst verlierst du den jetzt gleich. Ne, den behalte ich. Ja. Nein. Ich versuche es. Zumindest. Wir haben die dritte Wütze. Yay. Ja, Adrian ist recht viel auf. Er bleibt umgedreht. Er hat keinen Bock ab. Er hat keinen Bock ab. Er ist... 60. Quatsch nicht. Natürlich. Ich bin hier noch der Jüngste. Der Jüngste. Dann scheiß bist du. Dann scheiß bist du. Hör mal. Anna, ich bin ja klein. Sehe ich jetzt aus. Ja. Lauf bei uns echt. Warum bin ich klein? Hey. Hey. Oha. Wir kriegen ein Geschenk. Was kriegen wir? Mini-Pilz. Was ich noch kleiner bin? Ja, reicht für dich ja. Echter, wenn du kleiner? Ja. Krass. Brauchen wir vielleicht irgendwelche Ausgänge oder sowas. Nice, nice. Sieht im Moment so aus, dass wir jeden Part immer die Hälfte einer Welt schaffen. Weil wir sind schon wieder bei Boom Boom. Das ist genau wie vorhin auch so gewesen. Stimmt. Dann machen wir das halt so. Je nachdem. Du bist Boom Boom und bis... Aber wir haben auch kein Ziel gut Exit hier gehabt bisher. Das haben wir im anderen Tiger gehabt. Stimmt. Wir haben auch vorhin ja noch ein bisschen... Wie heißt das? Ja, scheiße gemacht. Genau. Ja, ich will eigentlich ja nicht dich nehmen, aber... Ihr, hol mal die Co... Oh, du bist ein Arschloch. Hol mal die Coin. So, weiter. Tschüss. Danke. Wir hatten ja vorhin auch mal die dritte Münze gesucht gehabt. Ja, die dritte Münze. Das war eigentlich das Secret Exit, was wir gesucht hatten. Ja, wir hatten aber auch die Münze gesucht gehabt. Ja, die Münze war mir scheiße. Ja, das war ja die Coin. Äh, die Secret Exit, das mich interessiert hat. Ja, ich geh schon mal weiter, ne? Ja, danke, ne? Ich kann mir mal wie heißes. Ja, wach, ihr seid zu. Oh, danke. Danke, du hast mich aufgehalten. Ich muss auch wieder hochkommen, irgendwie. So wenigstens ein Castle hier, ne? Nicht, dass ihr denkt, dass es automatisch so immer nach oben geht hier. Hallo, mach den halt gerade. Ich will auch. Er wollte wieder kuscheln. Ich weiß, er will immer kuscheln, aber ich nicht mit ihm jetzt kann. Hier, geh mal da längst nach oben. Ich glaube, ist was da längst. Ja, warte. Beilig, beilig. Wow, Flens, hast du es geschafft. Ja. Er ist nicht gestorben. Er hat was gemeistert. Wow, Flens, ey, ich bin stolz auf dich, Mann. Ich... Oh, zack. Warte doch. Du weißt schon, wenn wir sterben, ist das Level... Warte doch. Danke, Flens, dass ich wegen dir jetzt gerade gestorben bin. Entschuldigung. Na, ich bin... So, warte. Ich bin zumindest noch nicht gern overgegangen. Was? Ich mach hier. Ja, mach mal. Okay, du hast gesagt, mach mal an. Er ist prins... Geh mal hoch, da. Müssen wir mal gucken, wie waren die Konkommelette. Ja, natürlich, 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 natürlich. So. Gut, mal schauen. Ich glaube, die ist hier irgendwo. Kann sein, dass die da oben links ist. Das stimmt hier oben links. Ich glaube auch, dass die links oben ist. Warte mal. Schieb mal das Ding einmal. Ach, fuck. Weiter. Schieb mal ganz durch, ganz durch, mach. Okay. Da nicht. Wieder zurück einmal? Geh mal, lass los, mach. Wir müssen einmal Jumpy machen. Boah, Alter, lauter, das ist lang, ey. Ich mach mal weg, lass mich froh. Hier, schenke ich euch. Schenke ich euch. Bam! Warte mal. Hier. Ich brauch jemanden hochspringer. Komm, ich will nicht mit dir kuscheln, aber... Warte mal. Mein Gott, Luigi. Oh, geh mal hoch da. Ja, genau. Weiter, weiter, weiter. Stell doch mal ganz links an die Wand hier. Ich könnte mich da hochschlagen, ja. Ja, was machst du da? Sonst ganz links an die Wand und nicht abspringen da von der Wand. Dann drück doch nicht an die Wand rein. Einfach nur springen. Oh, hier ist nichts. Ich mehren's jetzt? Ach, ist ein Leben. Danke. Jetzt müssen wir das Ding drehen. Ja. Ah, tschüss. Hast du, ich mach die Arbeit und was drehe ich? Na, Arsch tritt vorne euch. Ja, die Levels sind ja so aufgebaut, dass man es alleine auch schaffen kann. Also... Oh mein Gott! Jo, weil ich ist hell gestorben. Und zerdrückt. Oh, da ist ein Item eigentlich. Na, Clans, es gammelt immer auf den Orten rum. Wieso komm, ich fäng dir? Ja, das geht doch. Hey, da sind Blöcke. Guck mal, ich töne dich. Nö, ich mach schon selbst. Hä, wieso? Ich bin tot. Ja, man hört's. Wie auch immer du das gemacht hast. Oh, Alter. Da sind Röhre da links. Oh, wie kommt man da ran? So, spring irgendwie rüber. Das bringt gar nichts. So. Na, vielleicht Blöcke oder? Natürlich. Ne. Irgendwas muss... Friede mal... Wir haben gar keinen mehr einfrieren kann, ne? Nein. Scheiße. Geh mal in den Mittelblock gehen. Da unten gucken, ob da in Gang ist. Warte mal. Glaub. Es ist an der Mitte... Nein, da... Dazwischen. Da bin ich. So, ja, 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 warte. Ich kann nicht, äh, dieser... Da ist schon richtig... Oh, bist schon richtig da? Ne, da war nichts. Okay, weit weiter. Jut, dann gehen wir weiter. Ja. Wir kamen jetzt echt lange da oben rum, ne? Nicht einmal da oben erwähnen, weil ich dachte, da hätte er auch was hängen können. Äh, ja. Okay. Hm, hier ist nichts. Hä? Du hast was gefunden. Hä? Ha, läuft bei dir. Was hat er gefunden? Da war ein Durchgang. Ja, Leute, da war ein Teil, weil er verschwunden. Da hast du auch... Sehr gut, warte mal. Ich weiß... Warte mal, ich bin durchgerannt. Du bist... Ich weiß, wie es geht. Ach, ja, ja, ja. Du musst es nur so hinhalten, dass ich noch... Nein. Lass mich das machen. Geh mal runter, da. Geh runter, da. Warte mal. Ja, was zu... Was sagen, ey? Was macht ihr da eigentlich? So, bam, hutfrei, so. Oh, ich komm nicht durch, ey. Geh zurück. Los, zurück, 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 zurück. Jopp, 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 jopp. Oh, Mann, ey. Ach, da, okay. Ja, da war ne Röhre. Hoppala, hoppala. Ja, und wer dreht jetzt? Ja, irgendwann muss runter. Setz dich mal vorne da. Er redet nicht mehr. Er ist mucksch. Weil wir seinen Yoshi-Folm getötet haben. Nee, die Konzentration hier. Ja, Konzentration. Wow. Ja, danke. Ich hab mich juckt. Ich hab nichts dafür, echt nicht. Warte mal, bitte. Ich hab grad'n Item. Ah, hab eins gefunden. Ja. Aber ich geh schon mal rein da. Nein. Man hört dich nicht mehr reden, weil du weit weg bist. Ja, okay. Jetzt besser. Ich meine, weil man dich echt nicht hört. Jetzt hört man mich auch mal wieder. Guck mal, wenn du normal redest, ist es so leise. Ja, weil du auch noch mal redest. So, mach den mal kaputt. Ich hab Angst. Das macht Flens alleine. Ey, warten hier. Das macht er alleine. Wir machen ihn echt gleich alleine. Dreht durch. Man schafft ihn. Ja. Läuft bei ihm, ey. Er hat's überlebt. Läuft bei ihm, ey. Ich kann auch was. Unglaublich. Nein. Warum, warum? Sektenzeichenfass. Oh Mann, ey. Oh, wie weit das geht, ey. Alter Schwede. Wie weit das da geht. So. Was geht? Ja, der läuft ja irgendwann drumherum. Kamek, wen schmeißt er jetzt hin? Er macht die Nebel, glaube ich. Eigentlich müsstest du Kamek sein. Das ist echt so. Okay, jetzt werden wir wieder. So, Leute. Das war's mit dem Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschau. Bis dann. Bis dann.